dann würde ich nämlich mal zum nächsten startpunkt hinfahren ah hier ist auch ein xp schild warum sind eigentlich manche xp schilder auf der karte dass man die findet und die anderen wiederum nicht ach so ja ist ja wieder autovorgabe oder denke ich mal kub krepp rennen auf der piste habe ich den wagen gar nicht den du da hattest ich habe ihn ich habe ihn hier habe ich nicht der ist so massiv der buggie ist auch nicht so toll der hier da haben doch mensch oh ich habe den halo truck zumindest die lackierung davon hello infinite infinite so 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 So. Alter, die drängeln mit ihren Trucks. 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 Nein. Ah, komm schon. Fahr schneller. Ah, komm schon mal. 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 Komm Ziellinie, ich schaff's sogar noch Mega krass Warte So, jetzt ist hier auch gleich unten das nächste Rennen In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht So, das nächste Crip Rennen Du hast dein Ziel erreicht Kaskada-Fahrt Das ist meine Car- Tracat, das ist der Wo ist jetzt hier mein Halo Truck? Das ist derselbe dann nur Okay 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 ein sprint rein ist aber geil ok da hatten die meisten ihre probleme bei der kurve ein Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ach du bist schon wieder im Ziel. Aber ich bin zweiter. Zack. Na ja, ist doch super. Du bist auch schon bei 200 Level 200. Das hätte ich hier noch. Ah, da ist ja gleich hier schon das nächste. Die sind nicht schlecht, die Rennen, oder? Hattest du die schon gemacht? Ja, ne? In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Ja, das ist ja wieder eine eigene Map, oder? Ich hab die Bremsen vergessen einzubauen. So, die Karre nehme ich weiter, weil das geil ist. Ja, das ist ja wieder. Oh ja, wo hast du eine kleine Karte her? Hast du die gewonnen oder selbst gekauft umgebaut? Ja, also hast du sie gewonnen. Oh, wieder ein Sprint. Oh! Ah! Das ist ein Kloben. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Na ja, ist gut abgeschlossen Na ja, totale Sieg Ja So So, dann müssen wir gleich in der Nähe schon wieder das nächste haben, oder? So, bin ich hier bin ich Ja Mal ein Foto von der Kiste machen Ja Foto speichern Elf Autos gerade mal von 869 fotografiert Also es zählen auch, äh, 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 Straßenautos, die auf der Straße rumfahren als, äh, als NPC Und, die zählen auch, und, äh, ja Teilen Die kannst du dir dann bei, bei deinem, äh, Xbox-Konto kannst du dir die da dann runterladen Die Bilder Ich benutze die als, als Thumbnail dann für meine Videos In 400 Metern links abbiegen In 200 Metern rechts abbiegen Rechts abbiegen In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht Bei nächster Gelegenheit enden Das war eine Rolle Das war eine Rolle So, nächste Veranstaltung Regen Hm Gelegenheit 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 Yessssss Noch ein Kurs Noch ein Kurs euch das Wir Vis чтобы Hmph. 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 Hmph.